Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Review. Heute habe ich euch die 71738er von Lego Ninjago mitgebracht. Zanes Titan Make ist der Titelname, 840 Teile, 60 Euro UVP Preis und 4 Minifiguren. Das ganze Set plus die Minifiguren schauen wir jetzt gleich nach dem Intro an. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, also wir haben jetzt hier vier Minifiguren und diesen Titan Mag. Ich habe mich für das Set mal spontan entschieden, weil der Titan Mag hat mich so an die Lego ExoForce Zeit erinnert. Das waren ja echt coole Roboter, coole Mags, die man dort hatte. Und ja, da hat es halt wieder die Nostalgie zugeschlagen und da habe ich dann sofort mal eins gebraucht, auf Ebay gekauft. Gebraucht findet ihr das für 40 Euro um den Dreh rum. Wenn ihr nur den Mac haben wollt, dann langt auch 30 Euro. Wenn ihr es aber komplett in UVP haben wollt, dann wäre es so ungefähr 45 Euro um den Dreh rum. Kriegt ihr dann das ganze Set. Ich muss aber auch sagen, ich hatte die gleichen Erwartungen, also ich hatte die Erwartungen gehabt, dass es wie so eines dieser alten Lego ExoForce Macs hat, also die Funktionalitäten eines ExoForce. Hätte ich nicht machen sollen, denn es ist nicht genau das Gleiche. Denn dieser Titan Mag hier ist halt ziemlich in seiner Bewegung, in seiner Flexibilität sehr eingeschränkt und das hat es halt schnell für mich dann, ja, langweilig, als langweilig gestaltet. Auch wenn er optisch echt wunderbar aussieht, auch wenn er optisch echt robust und massiv aussieht, so wie er halt so ein richtiger eisener Titan Mag ist, mag ich es nicht, dass die einzelnen Gelenke, dass die Beine und die Arme sich echt bis aufs Mindeste bewegen lassen. Und das kann ich ja mal kurz zeigen. Aber bevor ich euch das zeige, gehen wir kurz mal auf die Figuren mal ein. Wir bekommen einmal zwei von den feindlichen Einheiten. Das sind solche schemenhaften Ninja. Echt coole Figuren, also der untere Teil vor allem. Die haben auf jeden Fall vorne und hinten eine Bedruckung, wie man sieht. Und der Kopf ist dann auch noch so schön transparent grün. Gefällt mir auf jeden Fall echt sehr. Dann haben wir noch einmal den Zane, ist es glaube ich mal. Der hat zwei verschiedene Kopfbedeckungen. Der hat ja einmal diesen Liniatuch, der sich drumherum hat, wie man sieht. Und dann hat er einmal noch auch seine Haarbedeckung. Ich kenne jetzt die Ninjago-Serie nicht oder so. Deswegen denke ich mal, so wie es zumindest mal aussieht, ist er wohl jetzt so ein Roboter geworden oder so. Keine Ahnung. Und ja. Cool finde ich die Schulterpanzerung, wo hinten dann noch so ein Samuraischwert noch hinten angesteckt werden kann. Das ist echt cool. Schönes Teil. Kann man auf jeden Fall immer wieder irgendwo mal woanders für ein Castle-Set oder so. Für eine Ritterfigur oder so auch benutzen. Das ist auf jeden Fall echt cool. Genau. Die nächste Figur ist so eine Sammler-Editionsfigur oder sowas. So eine goldene J heißt die. Heißt die Figur. Ist halt so in Gold gehalten. Steht halt auf so einem Podest. Und ja. Sein Backpack ist halt dann, wo man zwei Samuraischwerter hinten dran setzen kann. Auch ein cooles Teil. Die Figur hat auch dann noch ein Wendegesicht. Also hat einmal vorne, wie man sieht, vorne diesen einen Kopf. Und hinten dann, ja, wiederum einen anderen. Und das war es auch eigentlich schon so eine Figur. Fällt noch cool bei dem einen Samuraischwerter oder wie auch immer. Finde ich diese Schulterpanzer auch noch voll cool. Die ja so gebogen rausgucken. Das mag ich sehr. Das war es aber auch schon. Gucken wir uns jetzt erstmal den Mac hier selber an. Also wie man sieht, eine massive Konstruktion. Echt stabil. Allerdings, wenn man es vielleicht schon mal ein bisschen beobachtet hat. Der neigt sich automatisch leider immer ein bisschen nach vorne. Und das ist schon mal ein Punkt, was mich halt stört. Weil das, wenn ich den halt so hinstellen lasse, dann steht der halt so komplett nach vorne halt so. Und das sieht irgendwie komisch halt aus. Wenn ich jetzt die Beine auch hier versuche gerade zu stellen. Dann gelangt er auch schnell wieder in diese, weiß nicht, als würde er halt so wippen wollen. Das war halt das Erste, was mir negativ aufgefallen ist, nachdem ich den fertig gebaut habe. Aber auch beim Bau ist mir aufgefallen, also die Bauzeit beträgt so ungefähr drei Stunden. Zweieinhalb bis drei Stunden. Man fängt hier mit dem Korpus hier an, mit dem Körper. Fängt dann weiter an, die zwei Beine fertig zu bauen. Die sind ja auch relativ gleich, deswegen wiederholt sich das auch hier zwei Mal. Beziehungsweise auch an den Armen wiederholt sich auch teilweise. Genau, und nachdem man die Beine mit dem Körper dran zusammengesteckt hat, fängt man dann hier an, die Arme noch zusammenzubauen. Und am Ende kommt dann, ich glaube am Ende kommt, ja, am Ende kommt dann hier der Kopf dann noch drauf. Genau, und auf jeden Fall ist mir halt beim Bauch schon aufgefallen, dass das nicht funktionieren kann. Dann so massiv wie das zusammengebaut ist, dass die Beine sich flexibel bewegen können, weil die Beine, die lassen sich nur so leicht, die lassen sich nur hier so ein bisschen nach vorne und nach hinten bewegen. Aber das war es auch schon, man kann es nicht so zur Seite drehen. Liegt auch daran, dass die an solchen, ähm, den Kugelgelenken hier dran befestigt sind, an beiden Stücken. Und wiederum nochmal hinten, was es dann daran verhindert, dass es sich einmal drehen kann. Das fand ich bei einer Exo Force Max besser, das hat, die hatten da so richtige Kugelgelenke gehabt, die man auch manchmal, oder die man teilweise, glaube ich, auch bei den Bionicle Sets finden waren, wenn ich mich nicht irre. Ähm, das fand ich halt bei einer Exo Force Max tausendmal besser, weil da konntest du wirklich jeden, du konntest da die Arme und die Beine, konntest du so, so verstellen, wie du möchtest, in dieser Position, in einer Pose, wie du möchtest, und das sah halt dann cool aus. Aber hier geht's halt einfach echt nicht, du kannst halt nur nach vorne, oder einfach nur nach hinten, so, aber, ja. Und selbst in so einer Position hält er sich ja auch nicht mal, wie man sieht. Wobei, jetzt hier so, passt das. Aber, der ist halt, steht dann halt wackelig da. Also, auch wenn er wirklich optisch schön aussieht und alles drum und dran, so, finde ich, in der Praxis, ist er, funktioniert er eher nicht so wirklich. Dann haben wir hier an der Hüfte, an der Hüfte haben, können wir dann jeweils die Beine auch noch so nach vorne und hinten bewegen. Nur minimal können wir die noch hier an der Seite noch, äh, auseinander spreizen lassen, damit ich hier einen kleinen Spagat mache. Aber, die Arme, die lassen sich wiederum, bei den Armen muss man halt erstmal die Schulterplatten hier oben, äh, ein bisschen aufklappen, damit man dann ungefähr bis zu einem 90 Grad Winkel hier die Arme aufstellen kann. So, dann kann man auch hier die Arme wiederum nochmal drehen. Wiederum, im Gegensatz zu den Beinen können die Arme etwas mehr bewegt werden, etwas mehr verstellt werden. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel hier dreht, dann geht es halt nicht so nach oben. Ähm, also es muss schon wirklich hier in dieser Position, in dieser Ausgangsposition stehen. Also man sieht halt, der, der lässt sich wirklich nicht so groß irgendwie verstellen. Nichts, man kann mit dem jetzt nicht wirklich viele Posen machen, mit dem. Also da hätte ich vielleicht mit einer anderen Erwartungshaltung, äh, rangehen sollen, weil es eben auch zwei unterschiedliche Serien sind. Das ist die ExoPorts schon lange eingestellt. Schade. Ich weiß nicht, ein kleines Kind oder so, das wird halt sich damit begnügen, wenn es halt so macht oder so. Aber, also selbst ich als Kind damals, ich wollte schon, dass die Figuren oder die Max, die ich dann auch damals gebaut habe, dass die halt wirklich laufen, also quasi halt laufen können. Also dass man die wirklich in einer bestimmten Laufposition halt bringen kann und auch posieren kann, posieren lassen kann. So, ich habe mich damit nicht beglückt, ich habe auch nicht so irgendwie rumgehampelt oder so. Weil, ja. Dafür hat meine Vorstellungskraft nicht komplett ausgereicht. Man kann auch noch, übrigens kann man noch hier diese einzelnen Finger noch hier bewegen. Greifarme. Dann hat er, hat dieser Titan-Mag noch zwei Waffen parat. Zum einen, wie man auch sieht, hat er jetzt hier so einen Schuriken an seinem Arm. Äh, das wäre noch ein anderer Punkt, also, äh, die Teile, viele Teile sitzen nicht so wirklich fest dran und die lassen sich halt voll schnell immer abtrennen. Das ist halt auch ein bisschen blöd gemacht. Äh, auf jeden Fall, die, die, die Schurikenwaffe hat er an der linken Seite, die lässt sich auch drehen. Wunderbar. Auf der anderen Seite haben wir dann noch ein schönes Ninja, oder halt so eine Klinge, so eine Armklinge, Unterarmklinge. Die ist ganz cool, finde ich. Ist auch eine, äh, schon ein cooler, also, ja, ein cooles Feature, dass man das hier so hinten verstecken kann und dann, wenn er ausfährt, zack, kommt es halt hier so raus. Dann kann er halt den anderen, was auch immer, was man, was er da in der, in der Serie jagt oder so, ja, zerfetzen. Hier oben haben wir wiederum da nochmal zwei Raketen, zwei, zwei, äh, Springloaded Shooter in blau. Also, ich hab die halt nur in rot oder in grün gehabt, aber so in blau ist es für mich mal was Neues, sieht auch schön aus. Der Kopf, finde ich, auch schön gestaltet, der hat so einen richtigen Samurai-Look. Hier mit diesem goldenen Teil an sich vorne. Das gefällt mir wirklich gut. Mir gefällt aber auch, muss ich sagen, hier am Korpus diese Platten, diese goldenen Platten hier. Diese Panzerung. Das bringt auch so diesen Samurai-Pil, diesen Samurai-Look in diesen Mac hinein. Das finde ich echt cool gemacht, also, sieht schön aus. Und natürlich kann, muss, kann Mac jetzt nicht ohne Pilot gesteuert werden, und deswegen können wir hier drinnen, jetzt, obwohl ich die Figur, können wir hier drin dann eine, ich setze den jetzt mal einfach mal mit der Waffe, wenn er reinpasst, können wir dann hier reinsetzen und dann, ja, den Kopf nochmal runter. Und dann haben wir halt hier drinnen dann die, den Piloten hier, den Zane, der seinen Titan-Mac gesteuert. Also, ich muss sagen, das war es aber auch übrigens schon mit den Funktionen. Eigentlich haben wir noch hier hinten, haben wir noch so, können wir hier den Bogen und das Samurai-Schwert ranbringen. Ob das für ihn besser ist, dass er dann in der Höhe dann einfach seinen Bogen nimmt, ist schon mal so eine andere Sache. Egal. Die Fantasien sind ja keine Grenzen gesetzt, deswegen passt es soweit. Also, insgesamt muss ich halt sagen, rein optisch betrachtet sieht er wunderschön aus, er sieht schön massiv aus, farblich passt er auch zusammen, weiß, dann das Sand-Blue-Farbene mit dem Goldenen, macht was her, sieht gut aus. Die Klinge, die Unterarmklinge finde ich ganz toll. Das Shuriken, ja, ich hätte mir eher so vielleicht so ein Schild oder sowas, oder so eine Kanone halt, besser gefunden, aber ja, da ist man ja in so einer Samurai-Welt, sag ich mal, und da passt halt ein Shuriken dann eher dann rein als ein Schild. Deswegen, ja, ist es eher so eine Geschmackssache. Genau. Den Kopf finde ich gut getroffen, also dieser Titan-Mech bringt einfach den Samurai-Look her, auch wie es halt eben Leo Ninjago, wie es die Serie halt auch wiedergibt. Aber halt der große Negativpunkt von meiner Seite aus, ist halt einfach, dass die Beine und die Arme sich halt echt mäßig bewegen lassen. Und das mindert für mich eben den Spaß an dem Mac, finde ich. Deswegen wird er weiter dann an einen anderen Besitzer gehen. Es war zwar ein schöner Bau, aber ich glaube, also ich brauche es jetzt nicht dauerhaft bei mir, deswegen. Genau. Das war's dann mit dem Review. Viel gibt's dazu nicht mehr zu sagen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schaut auch gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Letztens habe ich von Kobi den A64 Apache vorgestellt. Wenn euch mehr von solchen Militärfahrzeugen interessiert, dann habe ich noch den Leopard 2 und den Abrams noch mit dabei. Schaut da gerne mal rein. Guckt mal, ob es euch interessiert, ob es euch Spaß macht, ja, Spaß mal zuschauen. Ob es euch unterhält, sage ich mal. Ansonsten würde ich mal sagen, schaut dann gerne in meinen Kanal einfach rein. Guckt mal, was euch da gerade interessiert. Ob euch da überhaupt was interessiert. Und genau, über ein Feedback würde ich mich freuen. In diesem Sinne sage ich dann vielen Dank fürs Zuschauen nochmal und nochmal ein schönes Wochenende. Nächste Woche wird es dann den A10 Warthog geben von Kobi. Genau. In dem Sinne nochmals bis dahin und ciao.